So, eigentlich würde ich ja gerne etwas Spannung bauen, aber ihr seht es vermutlich schon am Titel dieses Videos, dass es dieses Mal um das Samsung Galaxy Edge geht. So, hier ist es schon, ist auch kein Karton mehr weiter sonst rum, also ihr könnt von sehen hier die originalen Verpackungen, seht auch schon hier Wild Prayer, also es ist das Weiße, aber an für sich sind ja die Farbtöne momentan von den Galaxy Geräten, wenn man sie so dreht, also zum Beispiel das Schwarze wird ja blau, wenn man das richtig ins Licht hält, und das Goldene, naja, das wird so gelb und gold, so, ich weiß aber nicht, wie es bei den Weißen ist, wird das so grau oder so, ich weiß nicht, das werden wir scheinbar gleich selbst rausbekommen, halt sonst steht vorne drauf, Samsung Galaxy S6 Edge, 32 GB Version, ja, keine 128, und ja, ich weiß, man kann hier keine Speicherkarte rein tun, ja, sonst stehen hinten halt die Standarddaten drauf, LTE, CAT 6, 64 Bit Octa-Core Prozessor, die Größe von Display, Super Amulett Display, ja, 16 Megapixel Kamera, 5 Megapixel Frontkamera, Wireless Charging, ja, gut, also es ist hier wieder so eine schöne Schiebeketung, rausziehen, und ja, erstmal nochmal schön samsam, und hinten nix, ja, hier Papiersticker drum, so, wiki, dann haben wir jetzt mal das Messer, und machen das hier mal glatt auf, ja, so, ja, so geht's, man muss nicht gleich so gemacht, so, okay, wie wir es ja wissen, sind diese tollen Dinger gleich immer oben drauf, ja, aber ich ziehe jetzt trotzdem, oh, und, wir werden gleich, ja, wie ich es dachte, ich mach nur, ja, da ist es schon, aber, halt klassischer YouTube-Style, tun sie mal beiseite, ja, und dann haben wir hier, jetzt will ich Papier drauf, ja, Quick Start Guide, und so ein ganzes Kram, braucht man nicht, ja, halt das Papen, ja, ich brauch mal wieder ein paar kleine Kopfhörer, wie praktisch, Ladekabel, hm, das scheint nicht so lang zu sein, wie bei einer Note, also bei meinem aktuellen Handy, den Samsung Galaxy Note 8, war das Kabel wesentlich länger, ist auch ziemlich dünn, das Kabel, naja, okay, und hier natürlich noch der USB-H, natürlich auch mit Power Shunting, wie sich das gehört, und hier ist der kleine süße Schlüssel, um diesen Karton reinzumachen, so, und sonst braucht das natürlich, ja, was ich nicht ausziehen soll, so, tun wir mal den Karton beiseite, da ist es, schon mal eine Tatsche Pfoten drauf, ja, das geht ja gar nicht, so, so, jetzt muss ich immer die abholen, ne, oder, oh, jetzt sieht es raus, okay, heute, so, einfach nur schön, das Ding, hm, also der Farbton ist einfach weiß, egal wie man es ins Licht hält, manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein Schimmer ist, ich weiß nicht, ob wir das sehen können, aber das könnte jetzt auch einfach an den ganzen LEDs liegen, die jetzt das beleuchten, darum, ja, vorher, an weg, ja, tun wir gleich mal mal die SIM-Karte rein, die kommen mal beiseite, ok, die SIM-Karte, ja, das Ding aber sicher zugeklebt, hier, meine aktuelle SIM-Karte, ja, da kommt er schon los, ja, hier bei derondere SIM-Karte, ja, der Zoom-Karte, jetzt, das ist ja eine nanose habe ich mal wieder nicht genau gelesen gut dann kommt sim karte doch später rein damit so ich würde sagen wir machen das mal an und hoffen dass ein akku geladen ist aber in der regel sind die doch immer mehr so fährt können wir ja mal hier ist der power button hier oben halt sim slot hier ist ein mikrofon infrarot sensor die laut und leiser knäppchen schön schön dieses metall und hier unten halt ton usp klinge und noch ein mikrofon vor natürlich das acht button und hinten die super tolle kamera die tollen sensoren licht und hier vorne haben wir dann noch mal lautsprecher sensoren und natürlich die mega rücksel kamera wenn ich daher so gerade da rein gucke habe ich das extreme gefühl dass ein extremer weitwinkel ist auf der frontkamera ja einrichten deutsch ist ja schon mal ganz gut ja wir haben keine sim karte so wlan passen so und mal gucken geht es so verbunden weiter blablablabla blablabla ja klar warum nicht h stimme zu habe ich denn eine weh software upgrades wird gesucht doch geschön fc NFC? Was ist das jetzt? Ähm, nein. Nicht. Ich behalte mein altes Handy. Da brauche ich nichts zu übertragen. Ja, ich akzeptiere. So, mach ich nochmal wieder rum. Na, Deutsch. Ich bin gleich fertig mit MW. Hm, vertippt. Ja, ich merke schon, es ist klein. Aber ich glaube, das ist nur eine Gewöhnungssache. Vor dem Note hatte ich ja auch schon ein kleines Handy. Was heißt klein? Eigentlich ist das ja auch schon ganz schön groß. Man denkt von früher. So. Okay, weiter. Ja, da ist es. Passwort. So. Und, ja. Akzeptieren. So. Jetzt überprüft er es gerade. Okay. Jetzt noch so ein blöder Aufkleber drauf. Dann schiebe ich nach unten. Und. Da 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 da. Da da da. Da schon. Da schon. Hm. Also, betrachten wir. Ja klar, jetzt ist fertig wohl für das Wort. Äh, bla bla bla. Ja, Uhrzeit stimmt. Gut. Hm. Ja. So. Da lädt jetzt schon mal ein paar Apps herunter. Die haben alle so standardmäßig immer wieder drauf sind. Kennt das ja von Google. So, da, da, da. Und ja, das sieht gut aus. Obwohl hier oben sind immer noch nicht alle Punkte durch. Ah, jetzt kommt Samsung Konto. Äh, da überspringe ich jetzt erstmal. Überspringen. Das kann ich ja später machen. Äh, später. 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 Obwohl wir fingen, ja, komm mal noch. So. Da hinten. Ne? So. Oh, geil. Ich sehe gerade. Das hat mein Hintergrundbild übernommen. Das ist... Na klar, und schon. Ich merke schon, wie dieses Flip fliegt da. Oder wie das da heißt. Hm. Wo kann man das einstellen? Ja. Also erstmal. Überscale. Also ich finde das ja schon an meinem Edge ganz cool. Wie das einfach nur diese Rundung, diese... Wenn da Pekse so lang rutschen, wie das aussieht, das sieht einfach nur krass aus. Aber es läuft erstmal übel zu flüssig. So. Auch hier schon ein ganz scherzacken an Apps. So. Ja. Oh, hier sind sogar schon Microsoft Apps. Google Apps. Oh, hier sind das viele. Und... Ja, das sind dann so die Samsung Apps. Okay. Doppeltdruck auf die Kamera. Ja. So. Guckt euch mal an, wie schnell die ist. Nochmal, um das festzuhalten, wie schnell das jetzt geht. Einfach nur den tollen... Doppeltdruck. Ja. Boom. Und ich... Hab das Gefühl, das Handy stellt es schärfer da, als ich es sehen kann, den Tisch. Und... Ja. Es sieht auf jeden Fall... Es sieht einfach geil aus. Ähm... Da-da-da. Wo ist der Wechsel? Da. Frontkamera. Jo. Oh. Ihr könnt mich sehen jetzt gleich nochmal. Da. Da. Guckt mal. Da seid ihr. Hups. So. Und es ist ein übelster Weiglingel. Ey. Das kriegt ja von meinem Zimmer auf... Fast alles hinein. Das ist ja krass. So. Aber gehen wir mal wieder zurück auf die... Hauptkamera. Und... Ja. In 4K kann das gute Ding doch aufnehmen. Wo ist die Video-Einstellung? Hier Video-Einstellung. In UHD. So. Okay. Und wie lange kann das jetzt hier Videos machen? Oh meinst kann das ja nur 5 Minuten... Ah. Das kann es auch noch 5 Minuten. Sache beendet. Vollkommen bauscht. Aber... Ich habe gerade die Bildrate gesehen, glaube ich. Oder äh nicht die Bildrate, sondern die Bildgröße. 5.312 mal 2.980. Krass. Also ich bin mir sicher bei... Es ist noch ein bisschen weiter unten drunter. Ja. Gehen wir aber wieder zurück in das Male. Ist aber einfach nur geil, das Display. So. Hier guckt natürlich perfekt da rein. Aber kommen wir jetzt doch mal zu den Rechos, die dieses Display bringt. Man kann hier nämlich seine individuellen... Neh. Sind die individuellen Apps aus Suchen und Hinmachen. Auf zwei Seiten. Hm. Hier ist sogar schon der Teichneuchner. Toll. Plus. Ja. Dies. Wow. Werden wir das gedacht? Naja. Ähm. So. Also das konnte man auf der Seite. Also ich finde es schade, man hätte das hier damit hoch und runter durch. Und das fände ich viel besser wie bei meinen. Aber vielleicht kommt das ja noch irgendwie. Ähm. Also auf der anderen Seite haben wir in der Ecke nichts gemacht. Okay. Gut. Dann einfach nur Symmetrie. So. Hier Einstellungen. Blablabla. Wird ein Haufenkack einstellen. Dott, 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 dott. Also dazu werde ich dann noch extra ein Video machen über diese ganzen Endstellungsmöglichkeiten, die es da jetzt gibt. So. Ich merke gerade, das Hintergrundbild bewegt sich, wenn ich das Handy bewege. Das ist ja krass. Warte, bewegt es sich aufgrund meiner Augen oder darauf, dass ich das Handy bewege? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann auf der Kamera. Aber das Hintergrundbild bewegt sich ganz leicht. Das ist ja krass. Sogar seitlich. Guckt. Also jetzt kann der Granit sogar fast hier die Kante erreichen. Also die Erde. Und jetzt ist er ein gutes Stück weg. Ey, das ist ja krass. Das ist cool. Also das wusste ich noch nicht. Das ist krass. So. Boah. Ich habe mir gleich mal eine ganze Nachricht angefangen. Mir fällt auch gerade so mal auf, dass das Display extrem hell ist. Ich weiß nicht, meins liegt mehr so in dem Bereich, glaube ich. Das ist auf jeden Fall krass. So, was gibt es denn hier? Ne, da. Ähm. Ja. Auch nichts besonderes mehr. Ist hier einfach ein bisschen aufgeräumter vielleicht noch. Ahja, was sind denn? So, Einstellungen. Ah, genau. Was haben wir denn hier wieder mal von Android drauf? 5.1.1. Und das sieht dann so aus. Lollipop. Oh, Lollipop. 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 Boah. So. Oh mein Gott. Ich glaube, das Spiel hat doch noch kein Mensch geschafft. Ja. Na gut. Ja. So geht es. Ähm. Ja. Äh. 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 Mal gucken, ob wir eins schaffen. Komm. Los. Blub. Blub. Ah, das macht keinen Spaß. Gut. Also. Das war's. Mit mir. Und dem Samsung Galaxy Edge. Ich hab das erst 6er gestern. Vollkommen wurscht. Es ist bekannt als das Edge. Ähm. Ja. Ich weiß, dass viele schon ein Unboxing dazu gemacht haben. Aber auch mein Kanal ist es einfach nur momentan das Geilste, was ich überhaupt habe. Es ist das hochwertigste Handy überhaupt aller Zeiten, was Samsung niemals gebaut hat. Finde ich. Nachteile hat es natürlich auch immens. Also, dass da drinnen einfach man den Akku nicht wechseln kann. Keine Mikro. Also. Gut. Akku nicht wechseln kann man vielleicht noch verkraften. Aber, dass man keine microSD noch einschieben kann. Das ist scheiße. Und ich hoffe, dass das beim S7 unbedingt wieder weg ist. Gut. Also, ich habe natürlich einen guten Eindruck bezüglich Samsung und den S6 Edge. Ich finde es toll. Es ist außerdem auch leichter als meins. Obwohl es ja eigentlich hochwertiger ist mit dem ganzen Glas gepummel. Gott. Also das soll es jetzt eigentlich gewesen sein. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.